England im Jahre des Herren 932. Ein geteiltes Reich. Im Westen die Angelsachsen, im Osten Franzosen, dort oben im Norden nichts als Kelten und ein paar versprengte Schotten. In Gwinnett, Powys und Dyfed, Pest. In den Königreichen Wessex, Sussex und Essex sowie in Kent, Pest. Im Märzchen-Ober- und Mittelanglien, Pest. Das Cholera-Risiko liegt bei 50 Prozent, wobei der am Nachmittag auffrischende Wind aus Nordost die ein oder andere Hungersnot hereinwehen kann. Und aus all diesem Schmodder, so berichtet die Legende, erhob sich strahlet ein sagenhafter Prost. Ein Anflug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017